ja so wie von briesen letztens der lucky strike tabak der war auch gut jetzt machen die hier werbung für rauchprodukte vielleicht sollten wir dann mal eine leckere zigarette von selbst dann hattest du den ich auch probiert aber immer noch nicht wo ich hin muss ich renne hier total orientieren es los mario jetzt lädt er gerade den neuen technik runter macht er automatisch peter hört mal wieder nichts gesundheit sorry das geht hier den ganzen abend schon so drunter und drüber totales chaos jeden lag den lucky strike tabak bei mario letzten satz zu denen auch probiert den in den natural da ohne zusatzstoffe gerade da den kann man rochen aber dann nicht schon gelse der muss ich auch verschaffen von kriegen ich fand ihn super also wenn ich sagen ja wie gesagt er muss frisch sein sonst wenn er trocken ist dann kratzt er ja ist aber auch für jeden empfehlung so du sollst ihn auch nicht runter schlucken du sollst er rauchen dann kapst er auch nicht peter schnauzt mich ja immer an wenn ich seine packung tabak zu machen er muss trocknen erst mal ein happenwissen peter mag es halt wenn es trocken ist da ist auch er hat recht dann bin ich ja bei facebook bin ich gar nicht da kommt ja guten abend hoff volle hütte hier heute ist da ist ja einfach den hintergrund könnte lustig werden im moment das abenteuer ist ja mehr oder weniger rumgerenne ich will hoffen dass ihr zumindest ein ganz klein wenig spaß dabei habt wenn ich ja wirklich komplett orientiert also wir sind jetzt am das ist ja exorzisten mäßig mein kopf zeigt nach hinten mein vorderkörper zeigt nach vorne und seite wer essen wie heißen wer rufen ein exorzisten an da haben wir schon ein mein gesicht ist weg ich weiß ich weiß das ist ja was dir in japan nicht passieren darf das gesicht verlieren silent moon heißt sie jetzt siehst du letztes mal auch so ne ich habe mir einen neuen charakter gemacht ok was sexy wird ja schon glatt schwul werden also wie gesagt facebook habe ich nicht also mein gesicht mein gesicht hängt hier in der luft irgendwann mal ja und dann kannst ja oben und jetzt ist da zeit ein pfeil drauf bitte ich kann da nichts machen moment soll man nicht erstmal in den anderen kanal wechseln ja bitte ok leute bis später mal wie später ich ziehe ich alle rüber rift wo ist denn rift ja so viele kanäle brauchen wir auch eigentlich auch nicht user was moved out of your channel jetzt geht ja ich glaube jetzt ist etwas mehr ruhe vielleicht auch nicht mehr ganz so witzig aber doch etwas mehr ruhe ja du hast oben steht mod packs ja jetzt habe ich alle verscheucht aber die zocken halt was anderes und es ist halt ein bisschen gerade weil ich auch am live streamen bin ein bisschen chaotisch so ja das ist schon gut so vanilla ja und dann kannst du oben rechts auswählen mod pack option ja habe ich und dann willst 17 aus hier habe ich und dann machst du oben x und dann gehst auf spiel oder mod pack installieren und dann unten spielen er macht hier war ich doch schon mal oder nicht find cabin rules it begins relax das habe ich doch hier abgeladen was hast denn da für eine adventure mit indianer block und der tempel von bumm keine ahnung ich habe mich auch gerade total verlaufen super mal eine frage komme ich wirklich so unsympathisch rüber frag einfach nicht nur beantworten nein du kommst total sympathisch rüber denke mal eine bisschen noch am eingang oder so ne ne schon mittendrin war ich bin quasi einmal rumgelaufen ich bin jetzt mehr oder weniger am anfang außer der part mit dem schiffbruch nee also ich denke du bist eine sympathische junge selbstbewusste frau und weiß was du willst auch wenn du fünf in russisch hast was natürlich schade ist aber sich manchmal nicht ändern lässt wie gesagt ich bin ja damals in französisch sprechen auch nicht über ein ausreichend hinaus gekommen und von daher neue launchers über nett aus wie gesagt hier ist im grunde jeder willkommen ich war schon wieder zu lange nicht und wie du vielleicht auch gesehen hast ich einer gewissen arschigkeit auch durchaus gewachsen aber wie konnte ich bei dir noch nicht feststellen und wieso überhaupt die frage verstehe ich mich so pack installiert ich glaube da muss ich gleich sogar noch mal raus gehen jetzt gerade auf spielen gedrückt er eröffnet hat multiplayer direkt verbinden 85 punkt ja les war einfach weiter 190 punkt 171 punkt 27 fail to connect war dann 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 eben jetzt hat er trotzdem 181 gemacht die blöde sau ja das geht leider nicht ja ich habe gemerkt ja ich habe da doch extra ausgewählt ich kann es noch mal kurz zusammenfassen zapp ist abgekackt weil die frage man kann den regen nicht abstellen dieser sohn sein es es regnet es regnet die erde wird das ich glaube ich er ist doch schon die richtige richtung nee ich empfinde das nicht so er den eindruck einer selbstbewussten jungen frau die weiß was sie will und empfinde das nicht als störend wenn man mich schon von so einem kleinen programmierer team wie ich so ok als folie nach der verfolgt hat h1 z1 da sind wir schon eben recht dran der arschigkeitsgrenze so ertragbarkeit von so leute und arschigkeit konnte ich bei dir noch nicht feststellen also das mal wieder zu fassen ja die idee ist eigentlich ganz gut ist so wird ja die idee ist eigentlich ganz nice aber die umsetzung ist noch so 85 190 171 27 genau da ist er so so wo ist es frei denn wo ist viel zu groß wie viel zu groß wie viel zu groß wie viel zu groß wie viel zu groß so jetzt ist er soweit ich weiß nicht ich weiß nicht was sie ist okay ist das ein Boot hier oder was das war ein boot ja es war genau von dem im grunde musst du von dem schiff runter und der route der rettungsboote folgen was wird denn heraus ja ich sollte ja schon seit anderthalb stunden diese karte aber hier stehen auch keine info so ne die habe ich ja alle schon eingesammelt ich werde jetzt mal vor und auch wüsste welche seite ist die kino backbord seite am besten runter links aber noch mal ich sehe doch ein stück land dann machen eine insel genau ich sehe ja mal keine rettungsboot da sind so orangene kleine bötchen auf dem wasser wenn du links vom schiff runter springst da habe ich bestimmt ein falscher links gerade genommen das ist auch immer die sache was jetzt habe ich schon wieder sound kirmes ich sollte mal ein bisschen weg gehen ich sollte aber nicht vergessen dass ich da meine der krank aufgebaut habe sind ja alle keine hellen wir sind ja alle keine marvel comic super helden der kann jetzt ja mal ein bisschen mit dem boot rumfahren wäre ja mal eine idee das ist gut was da dann hier ist falls er es schaffen sollte wieder jemals mit fertig werden ja angenehmere lautstärke bis aus ja wir sind alle wir sind alle keine super helden es muss man sich vor augen führen aber können wir noch die geilsten klamotten die teuerste uhr oder das geilste auto fahren wir sind alles keine super helden und ich denke dessen sollte man sich immer bewusst sein und so was ich jetzt an keiner seite sind die bötchen doch etwas weg warte ich porte dich zu mir ups ist das schiff kaputt gegangen das blockbuster 19 88 ich kenne ihn nicht ich sehe ihn nicht aber ich sehe ihn nicht da ist jetzt kommt ha 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 das ist nachgewachsen oder ist überhaupt gewachsen war das unsere aufgabe hier erstmal gebe ich dir da ein paar koteletts hier da ist ein paar bögen ein paar pfeile ein bisschen holz schaufel ja und dann müssen wir hier hinten wohin sieht es aus und ist immer noch da gab es eine geschichte